Hey Leute, wir sind Beyond the Black, wir spielen auf den Hamburg Metal Days und es steht einiges auf dem Programm. Genau, ihr könnt euch zum Beispiel völlig umsonst die Logos der Hamburg Metal Days oder das Wacken-OPR-Logo als Airbrush-Tour auf eurem Körper spielen. Oder ihr nehmt die Wacken-Veranstalter mal so richtig ins Kreuzfahrer oder besucht eines der ganz vielen Meet & Greets, die dort angeboten werden. Zum Beispiel das von Blaise Bailey, der euch mehr über das Leben und Tour erzählt oder eine musiksoziologische Vorlesung namens Metal Studies. Oder ihr könnt mehr über Konzerte und Festivals erfahren. Oder ihr besucht die Lesung von Mambo Kurtz, der aus seinem Buch Time Orgel to Hell vorlesen wird. Außerdem könnt ihr einen Drum-Workshop von meinem Kollegen Christian von Heaven Child Burn besuchen oder vom Metal-Coach Rainer Biesinger was über Metal erfahren und vieles mehr. Zeit Robertessen Wirklich dove Untertitelung des ZDF für funk, 2017